Willst du es schaffen? Du tust einfach alles für mich. Du unterrichtest mich. Du kochst für mich. Bin ich eine Belastung? Schätzchen! Ich könnte mehr tun. Ich bin deine Mom. Es ist mein Job für dich da zu sein, wenn du mich brauchst. Und du brauchst mich. Verscheinigung über Namensänderung. Geht's dir gut, Mom? Natürlich geht's mir gut. Ich hab' ja dich. Keine Internetverbindung. Die Medikamente vernebeln ihr die Sinne! Was hast du? Schätzchen? Lass mich nicht! Du brauchst mich nicht. Sie müssen mir helfen. Chloe? Gute Nacht, Schätzchen. Du brauchst mich. Lass mich nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Du hast es rausgehauen gefunden. Du brauchst mich. Untertitelung des ZDF, 2020